1, 2... Je nach welchem Rhythmus wir sind. Wie schafft er das? Waren wir nicht rum, jetzt schafft er es nicht. Jetzt, wenn wir weggehen wollen. Er schluckt durch, boah, schlägt er noch ein bisschen. Und wir stoppen. Bleibt noch ein bisschen schlafen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Das ist natürlich diese Phase, die wir hier hatten. Wir können auch gleich hier oben gehen, zum Beispiel. Wenn wir die Spitze da bei ihm lassen. Schaut nicht drauf rum, aber die Spitze bleibt. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Das ist ein bisschen stark geschmeckt. Ne, 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 ne. 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 Ne, ne. Ne, ne, ne. Das ist natürlich schon gefährlich, weil er kommt ja. Und ich habe jetzt keinen Schutz. Aber das ist auch meine Idee. Dass er hier kommt. Da bin ich ja vorbereitet. Deswegen mache ich ja vorher, bevor ich das mache. Den verdeckte da sebe ich. Sodass er, wenn er hier kommt, gibt ihn, als ob ich ihn lege. Aber eigentlich. Ja. Da bin ich ja so oft. Genau. Also ich, genau. Ich schaffe bewusst dieses Schlafen, das ist ja. Und nicht unvorbereitet. Ich bin mir bewusst, wie wir das... Das ist mir bewusst, wie wir das sind. Ich bin natürlich hier sofort aber geschützt. Ja, diesmal geht der Stock nach unten, der andere kriegt, der geht nach oben. Und wenn ich nur diese Arm, so kriegt er mit dem Lust, dass er mit dem Unterdruck zum Schlafen kommt. Ja, wie seht ihr, hier bin ich schon, ich sehe hier, wenn ich die Seite hier bin, ja, und wenn ich das hier wegziehe, Ja, also es geht darum, wirklich dann auch hier frei zu gehen und erst, damit ich es entscheiden kann, habe ich ja das Timing, ne. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Bis zum nächsten Mal.